Wird das Flammenwerferöl ausreichen? Wenn nicht, dann haben wir Feuer. Viel Spaß! Hallo Freunde, es ist wieder soweit. Gruselstunde mit Patrick und... Mit Sie! Immer noch mal eine Wenigkeit, 64 Folgen. Ja, ja. So, Mikrofon ist gerichtet. Bereit? Bereit. Ah, da kommt der jetzt drin. Ja, was soll das jetzt? Ja, komm, komm, komm! Nein! Was war das? Was war das? Nein! Keine Ahnung! Nein! Was war das jetzt? War das zwei Stück? Was mehrere jetzt hat? Ja, keine Ahnung! Okay, der ist. Wow. Wow, das waren aber Brüder, ne? Ja, wenn es zwei Alien auf einmal gehabt, Leute. Entweder wären es zwei Aliens oder war es ein Bug? Vor deinen Bugs war das. Okay, und wir müssen es jetzt in dieser Folge müssen wir es schaffen. Wir werden wieder hundertmal sterben. Aber normal musst du jetzt nehmen geradeaus. Und dann Treppe runter wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht. Spannung steigt ins Unermessliche. Ah, da drin, da drin. Das bestimmt diese Lüfteschlöse. Oder? Komplett verkehrt. Dann muss man auf die andere Seite gehen. Gut, die Terminal brauchen wir nicht. Ja, da kommt der jetzt. Wo bist du, Schwester? Hier sind zwei! Achtung! Zwei Stück! Achtung! Zwei! Ein Alien reicht nicht. Wir brauchen zwei! Nee! Ist schon drüber, okay? Ja, ist mal Ruhe. Achtung! Ach du lieber Gott! Nein! Wow! Die haben mich voll erschrocken, ey! Ich dachte auch nicht, dass der kommt drin! Ich auch nicht! Der ist aber einfach in unserer Ruhe! Verdammte Scheiße! Aber zwei Stück! Ach du lieber Gott! Ach du lieber Gott! Okay, wir spielen das Spiel nie wieder! Wir spielen es nicht durch! Es ist unmöglich! Gut, jetzt ist es ruhig! Weil ich muss schleichen! Ich schärfe mich das eh hier! Wie soll man das jetzt schaffen, Herr? Ja, zwei Stück! Liebe Entwickler! Was habt ihr euch dabei gedacht? Was habt ihr euch dabei gedacht? Und wir spielen doch auf leicht! Was? Du? Oh! Ja! Please order, move off, äh, kann man nicht lesen. Ich schaue nicht. Code 3B015CQX5TRK266 Passwort ist das? Jetzt haben wir es gehackt. Ach, und eine schöne Frau im Bikini. Oh, aber da ist der Collector. Jaja, oder beide. Zwei Aliens. Hallo Schwester, bin ich dir? Gehen Sie bitte weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Und wieder zurück. Ja, okay. Ja, ist weg. Okay. Oh, oh. Ach du lieber Gott. Spass. Macht der Spassiergang. Nein. Nein. Stimmt wieder. Als eigentlich er am Deck einfach. Und er hat gesagt, Kollege, da ist er. Da kommt gar nicht hin, Patrick. Spassiergang. Aber das ist jetzt auf einmal zwei Stück. Das ist einfach höher. Ja, das Spiel war ja immer unfair. Und jetzt zum Schluss wäre das so unfair, dass es so unfair nicht mehr sein kann. Wie oft kann man unfair sorgen. Zehen Sie bitte jetzt mit. Ah, da ist der. Okay, ist der weg? Aber du musst sowieso... Ja. Ja. Ah, drüber ist das. Okay. Versuch mal zu rein. Du musst einfach drinnen, drinnen. Hier, hier. Hier rein, hier rein. Nein, 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 nein. Ja, hier, hier. Eier, hier rein. Upsi, ja, ja. Upsi, upsi... Wow! Okay. Jetzt kann es bestimmt nicht leicht sein. Oh, oh. Ah! 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 Nein! Nein! So weit, du! Verdammtes Alien! Wo sie mal jetzt? Frag mich nicht. Dunkel war es. Nein! Wir haben es geschafft, aber er weiß. Spiel abgestürzt. Nein, nein, nein. Du Scheiße! Nein! Oh nein! Oh nein! Sie sind mal gefangen. Wir haben bestimmt so Alien in der Brust. Fuck. Was ist da passiert? Gehen sie zurück zu den Giftschlößen. Aber keine Ahnung wo wir sind. Oh Mann, ja. Oh Mann. Oh, oh, okay. Okay, 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 okay. Warte mal. Denkst du... Ah ja, den Eier ist einfach... Okay. Du weißt wie dieser Stück. Ja, mit das kriegst du auch kaputt. Ja, komm, komm, komm. Oh Mann. Ah, und Flambeferöl. Ach du Dio Gott. Noch einmal Flambeferöl. Yo, yo. Fiesta. So, wo sind wir jetzt? Ja, keine Ahnung. Freizeit. Freizeit. Okay. Wow. Oh, fuck. Das heißt, du musst hier durch, oder? Verdammte Scheiße. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Okay, aber gut, die waren alle... Die sind alle geöffnet. Licht... Licht... Löschweigeld brauchen wir nicht. Ach du Hügel. Boah, was, was? Boah, boah, wie? Warum? Da! 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 Ja! Boah! Boah, aber... Spritz! Spritz! Ohohoho! Ich meine doch Barbe. Wahrscheinlich, ja. Komm mal wieder, ja. Wir bauen so selbst. Ich glaube, das war der einzige letzte Mal auf YouTube. Dass die Leute mir noch haben gesehen, dass wir nix bauen. So viel im Avantar und nix gebaut. Ja, wir können noch mal bauen. Wir können noch mal bauen. Ne. Und das kommt dann gar nicht. Wohl ich auch gar nicht. Ja gut, jetzt kann man nicht... Ah, falscher Knopf gedrückt. Ja klar, wir haben jetzt genug. Ah, die Tür geht. Die Tür geht. Oh, Flammewerferöl. Noch einmal. Ah. Ah, jetzt mit zwei Alien, dann müssen wir auch einfach Flammewerferöl. Ich will's doch aufs Flammewerfer auswählen jetzt. Das hat heute funktioniert. Wo, wo, wo? Da! Aber das nimmt die schon ein bisschen Leben. Ach, du Juni. Ach, du Juni. Ach, du Juni. Ach, du Juni. Da brennt alles. Okay, gerade Angst. Ah, noch einmal Flammewerferöl. Warum kriegt man so viel jetzt auf einmal? Das Eis, wir brauchen alles, oder wie? Ach, du Juni. Du Scheiße. Oh, wo, 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 wo wieder? Ich kann nicht schlagen, weil ich so gefuckt bin. Und jetzt hat... Wir haben nicht gespeichert. Ah, nein, doch. Das ist hier. Hier, okay. Das sehen wir jetzt. Ah, Flammewerferöl. Ausweissbar mal nicht. Nein. Ich weiß. Achtung, Achtung! Ich kann nicht. Aber... Okay. Ich kann nicht schlagen. Nein. Da musst du durch. Aber Achtung, ja? Hier sind auch Menschen. Das ist eine Brille. Aber das hat für dich auch ein paar viele Flammewerferöl gekostet. Zwei Stück! Achtung! Gegrillte Feisager schmecken gut. Bäh! Ich bestelle das nicht im Restaurant. Schmecken wie Hübsche. Bäh! Oh, oh, bitte! Ja, da fangt ihr! Oh, nein! Ach so, ein Mist. Die sind ja noch viel schlimmer wie Aliens. Ja, wirklich. So schlimm sind die. Verdammte noch mal, Herr. Ah, was war das? Hallo, ich... Ja, da kommt der... Ja, aber... Den... Demka ist so gut erwischt, wenn die kommen einfach dran raus. Und warum? So, da kommt jetzt auch nochmal zwei. Ja... Aber ich glaube, dass mir die Flamme... äh... Flammewerferöl... das war gut. Zum zu brennen. Aber am Erbarmdruck ist Flammewerferöl... ...verzählchen. Oh, zwei Stück einmal! Ah! Ja... Hast du gesehen? Ah, ich hab's den voll erwischt, aber der Mordor... der war noch im Leben. Jetzt kommt nochmal eins, gell? Nee! Okay. Doch, am Schluss kommt da nochmal eins. Ja. Ja, hier, hier. Okay, aber... äh... Sprit... Sprit... äh... Ah, haben wir nur an mir die Gitarre... Ah ja, weil wir aber noch nicht speichern. Okay, okay. Ach... Aber der kommt nur, wenn du bist da rüber, oder wie? Aber... Der hier ist nicht gut, oder? Man, man, man... Wie man nichts mehr sagen, weil es so spannend ist. Ich bin total angesprochen heute. Wo, wo, wo? Ah, ihr! Oder? Wo kommt der raus? Weil wenn du bist, einfach auf die Boden, dann ist... ...schlecht. Ah, die sind alle gerüftet. Okay, gut. Ah, die sind alle gerüftet. Und wir können den speichern. Nein, ich habe keine Speicherpunkte gesehen. Aber der kommt direkt hinter dir, oder? Ist auch die Sache, der kommt direkt hinter dir sofort. So, jetzt nochmal. Das gibt es doch nicht. Warum hat der nicht auch gebrennt sofort mit dem Modere? Wie gemeint ist das? Dort ausgewichen. Ein schlauer Face-Hocker. So dicht, Kumpel. Da kriegt man dich noch. Und immer wieder die selbe Scheiße. Flammenwerferöl. Da weiß ich. Halt. Da konnte ich kaputt machen. Ja. Flammenwerferöl. Jetzt können wir schon bald einen Speedfront raus machen. Das kann man jetzt auswendig kennen. So, da rein. Rechts. Flammenwerfer. Jetzt kommen zwei Face-Hocker. Ja. Boah, die haben ja jetzt richtig gebrennt. Aber jetzt... Hier war noch einer, oder? Ja. Da liegen kaum Flammenwerferöl. Ah, noch einmal Flammenwerferöl. Wie soll das jetzt funktionieren? Aber der kommt hinter dir, oder? Kommt er hinter mir? Ja. Ich höre. Nein, der ist doch nicht hinter mir. Wo war der? Vor mir jetzt gewesen. Was? Aber vor mir. Vor dir? Ja. Okay. Ja, rein doch ins Feuer, Baby. Blöde Funzi. Ah! Ich habe gedrückt. Der war schon aber schnell. Oh! Der hat gedacht, nein, die Bessie lasse ich es aber nicht durch. Ja, ja. Die letzte Folge war lustig, ja. Aber die Folge geht wieder an die Erde. Ah! 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 Das hat mich dreckig gemacht jetzt. Hast du eine Waschmaschine zu Hause? Ja, tun wir ja auch. Okay, ich gebe dir die Schatten. Wann kommt er von? Okay. Ja, eben ist er hintergekommen und er kommt da vorne. Das war jetzt doch auch nicht, Patrick. Was immer noch Flamme werfen, eben zu sparen. Ja, aber eine hast du gemacht, aber dann mach ich einfach schnell. Eine hast du gemacht aber... Es kommt Rage wieder, ich merke es. Gleich fliegt der Trigger wieder. Nein, nein, nein! Das Spiel ist einfach nur Obamega-Kritze, unfair. Ich hab gedrückt, ich hab gedrückt. Aber zu spät. Zu spät gedrückt. Es ist so folgendes, die... Du schaffst, du schaffst. Die müssen wir vergessen. Aus dem Gedächtnis streichen. Jetzt kommt 2. Jetzt hab ich viel zu viel Flammenwerferöl verbaut. Ja, ja. Weil die nicht weggeburnt sind. Medikid. Ach was. Du wolltest leben. Ja, nur genug leben. Sterbschüsse so sofort, wenn sie dich verrichten. Oh Gott. Die Stelle jetzt. Wie macht man diese Stelle? Da kommt der vor dir. Ja, das kommt der vor dir. Bizarre ist bei mir. Nicht guter ist. Was ist das? Ach du lieber Gott. Boah. Puh. So. So. Jetzt hab ich kein Flammenwerferöl mehr. Was ist das? Ach du lieber Gott. Nein. 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 Zwei Stück. Nein. Ach du lieber Gott. Was ist das? Fuuu. Krass. Verflucht. Und einer ist wieder weg, aber der Mordereur ist trübe. Und wir haben keine Flamme-Werfer-Öl mehr. Und da ist wieder ein Eiernest, oder? Ah ja, das sind Wäldchen. Das ist der Transit, der ist komplett am Arsch. Ja. Aber wo geht's über Europa? Ich erkenne nicht diese Passage in einem Spiel. Oh Mann, ich habe keine Flamme-Werfer-Öl. Und wie willst du durch? Ich komme jetzt, guck mal, das brennt ohne Ende. Ah, drüber ist eine Tür. Okay, okay, die Tür, die Tür, die Tür. Der Speicherpunkt wäre einfach auch nicht schlecht. Das wäre jetzt richtig nice. Das wäre richtig, richtig nice. Oh, noch die Hieber! Wir wollen doch hoch! Wir wollen die Luftschleuse nicht noch weiter runter. Mann! Katastrophe ist das jetzt! Das Spiel geht noch locker 40 Folgen. Nein, komm, komm! Komm! Wir sind jetzt wieder... Aber wir sind bald! Da oben! Speicherpunkt! Bitte! Ich will erst mal Gitar spielen! Nein, 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 Missy! Wir haben keine Zeit für Gitar zu spielen! Okay, aber wir müssen wieder runter. Warum müssen wir wieder runter? Frag mich nicht! Das ist fragbar! Nein, nein, nein! Achtung, Achtung! Was? Da brennst du einfach, oder? Ja, ich will doch einfach in die Ventilator bis abkühlen. Ja, okay! Ah! Okay, runter geht's! Oh! Was ist das? Was war das? Wer wollte? Wer wollte? Was ist das? Was? Ah, jetzt! Hat er sich gespeichert? Ja, ja! Ich will mal sterben, dann fang mal hier an! Ah, okay! Aber ich will trotzdem speichern! Ja gut, dann geh doch geradeaus! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Warte, Zug vorbei! Du, du, du! Ach du lieber Gott! Du musst es hier einfach nur durchschaffen! Ich muss es einfach hier durchschaffen! Ladadada! Was wäre denn jetzt für die Zukunft? Sieh mal... Sieh mal weg! Sieh mal Matsch! Ja, hier rum? Ähm... Baby? Der Toilette! Ähm... Interpens! Ja, das ist ihre, ja! Ne, andere Seite, andere Seite! Ihre ist gesperrt! Hier durch, oder? Hier drüber, ja! Drüber! Rechts! Zukunft! Ach du lieber Gott! Hahaha! Der Zug war das! Erwischt vom Zug! Hahaha! Hahaha! Oh man! Bald 30 Minuten, gell! Ja! Ja! Aber gut, wie... Ach du Scheiße! Ich muss es hier einfach nur durchschaffen! Ich muss es hier einfach nur durchschaffen! Ich muss es hier einfach durchschaffen, ja! Aber jetzt Achtung! Wie, wie... Wo ist der Mordere Zug? Haben wir dich gesehen? Wie ist der vorbei gekommen? Achtung, Achtung, Achtung! Ich hab's gesehen! Ich hab's gesehen! Ja, ja, aber was soll ich machen? Ja! Sofort rechts! Links! Woll dich doch! Oh! Mal hier Schluss machen! Müssen wir! Okay! Eine halbe Stunde ist rum! Wow! Wow! Was für eine anstrengende und spannende Folge wieder! Ah ja! Und ich hab's auch nicht gedacht, dass... Es geht noch einfach mit zwei Alien weiter! Ja! Ein bisschen nachgefangenen Woche! Vielleicht haben wir schon eine Alien in der Brust! Deswegen haben sie angegriffen, aber wir weiß es nicht! Das erfahren wir aber erst in der nächsten Folge! Ja! Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit! Und wir sehen uns dann! Schöne Albträume noch! Tschüss! Ja!